Hallo, ich konnte schon wieder nichts hochladen auf YouTube. Vielleicht doch nochmal später über Umwege. Auf jeden Fall, vielleicht klappt es ja mit diesem ganz kurzen Beitrag jetzt. Doch irgendwie. Also, Berlin findet statt. Und Berlin bleibt friedlich. Die Leute reisen an. Berlin findet statt. YouTube-Titel auch dazu. Demo Berlin findet statt. Alle nach Berlin, Ausrufezeichen. Gericht widerspricht dem Verbot. YouTube-Titel im Moment ist es noch im Netz. Oder 29.8. Berlin-Wir kommen, um zu bleiben. Michael Ballweg in Darmstadt. Also, seine Rede und eben. Wir kommen, um zu bleiben. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Ein Song von Wir sind Helden. Auch Vorreiter. Damals wie heute. Also, Berlin findet statt. Ich versuche es noch. Wenn nicht, bin ich in einer anderen Stadt auf dem Marktplatz. In Darmstadt vielleicht bei Freunden zum Beispiel. Oder auch Zürich. Mal schauen. Fahrt nach Berlin. Jeder, der wollte, jeder, der kann. Also, Berlin findet statt. Und ansonsten gibt es sehr viele Empfehlungen im Netz. Beispielsweise auch zu den Botschaften zu gehen. Weil die Polizei da nicht so den Zugriff hat. Da können natürlich nicht Millionen von Menschen hin. Aber ein Hinweis. Amerikanische, russische Botschaft. Da sind sogar im Moment auch die Adressen im Netz im Umlauf. Aber die kann man ja tatsächlich auch googeln. Das ist ja alles offen und nicht gesperrt. Also, herzliche Grüße. Und ja, seid dabei. Irgendwie, ja, jeder. Das kommt auf jeden von uns an. Jeder wird gebraucht. Wir sind gefragt. Solidarität. Zusammenhalten. Und wer nicht in Berlin dabei sein kann, dann seid es dort in euren Städten. Herzliche Grüße.